Hallo, mein Name ist Armin Raul, ich unterrichte Gitarre und Bass an der Agora Music School. Ich mache schon 25 Jahre lang Musik und unterrichte seit mehr als 10 Jahren. Neben meiner Unterrichtstätigkeit an der Agora Music School bin ich Gitarrist und Sänger der Classic Rock Band Time Machine und Gitarrist der Death Metal Band End Time Prophets. Als zertifizierter Audioingenieur leite ich zudem unser hauseigenes Tonstudio. Wenn du Lust auf einen Probemonat hast, dann ruf die unten eingeblendete Telefonnummer an oder besuch uns im Internet unter www.agoramusicschool.com. Wir sehen uns! www.agoramusicschool.com www.agoramusicschool.com